Du brauchst jetzt auch noch was zu essen. Puh. Ich brauch noch Sachen, um den Kollegen zu helfen. Und einen Fackel hab ich auch noch. Schüssel Suppe, gut, dass das schon mal da ist, dann kann ich uns zu essen kriegen. Auf zum Fluss. Alte Fähre. Ziemlich weit weg, trotzdem könnte ich es mit einem langen Seil erreichen. Okay. Kies. Fluss. Sieht so aus, als wäre hier absichtlich aufgestoppelt worden. Fluss zu Kalten schwimmen. Steine. Blockiert den Eingang. Das letzte Mal. Wir haben eine provisorische Fähre gemacht, um den Fluss zu überqueren und das Kloster zu erreichen. Wir haben Wein von den Menschen gekauft und begannen zu feiern. Wir haben Gold. Gold? Also ist das eine Gold-Mine? Ich weiß noch nicht, warum, aber... Ich weiß noch nicht, warum, aber... Eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke. Finde ich auch immer noch mal. Kerzen, brauche ich drei Stiefel. Ein Stiefel, okay. Äh... Spitzhacke. Kerzen, 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 und hier hinten würde ich noch eine Kerze vermuten. Na, da. Äh, eine Pfanne. Es ist ein Pinsel, da ist Öl. Sieb. Äh, Hut. Kette. Das hier. Das ist eine Pfanne, oder? Ja. Ein Hut. Äh, eine Waage. Was sieht denn hier aus wie eine Waage? Ups. Handschuhe. Äh, Spaten, was ist das dann? Eine Hacke und eine Waage. Du bist keine Waage, du bist irgendwas. Das ist eine Waage. Okay, dann fehlt mir die Hacke hier. Und dann habe ich einen Spaten. Damit kriegt ihr das Kies weg. Und habe einen Schleifstein. Wunderbar. Da habe ich ein Rien. Was haben wir denn hier noch, vielleicht sinnvolles? Die Flügel und das Flugzeugskletz sind mit starken Seilen verbunden. Da brauche ich wohl ein Messer. Was ist das Atomzeichen? 23, 30. Deswegen noch 7. Ähm. Ich weiß nicht wieso, aber ich baue jetzt den hier zusammen. Es klappt. Jetzt brauche ich nur noch was zum Schleifen. Und ich habe einen Becher mit der Sucke. Den gebe ich ja. Dankeschön. By the way, you look very chic in this trenchcoat. How is it possible that Dalbyniak cause this storm? His airplane is equipped with a device he calls Stormbringer. He aimed at your airship. Then some kind of ray hit the sky and the storm appeared. Dalbyniak told me he would kill your dad. You must stop him. I found an old blunt blade. Take it. Dankeschön. Gut, dass du immer alles dabei hast, was ich brauche. Erstmal scharf machen. Immer noch verbogen aus, aber okay. Am Schluss. Scharf und ich kann mit dem Hackmesser die Seile machen. Broin. Damit kann ich dann das Schiff hier holen. Und da ist natürlich das dritte Zahnrad und die Winde ist völlig verhaust. Da muss öhren. Aber erstmal kümmere ich mich um Albert Einstein, indem ich mein Lieblingsspiel löse. Du passt doch überhaupt nicht. Passt du mal? Die passt. Heute gelingt mir irgendwie alles. Dann gehe ich hier runter, drücke... Ich schneide deine Hose kaputt. Desinfiziere das. Mach dein Verband drum. Ich zeige dir den Weg. Ich sage nichts dazu, wie das aussieht. Noch ein Stück weiter. Mach Sachen, das ist nicht sicher mit den ganzen Sprengstampen hier. Bärenfett für Schmieröl. Nee, Bären... ... Holz für Schmieröl. Und überquere den Fluss. Ich habe zwar noch ein paar Sachen offen, aber... Vielleicht bin ich nicht so schnell wie Dalbignac, aber es ist nicht wichtig. Oh nein, die Kette ist zerbrochen. Puh, ich habe es geschafft. Ich habe über den Rücken geschlossen. Aber trotzdem, ich muss die Ferry reparieren, wenn ich wieder über den Rücken geschlossen will. Ja, ich muss doch nochmal zurück. Da ist doch noch Zeugs und... Was haben wir hier? Lappen. Äh... Was ist denn das? Kamusflasche. Fehlende Schipp. Stange mit Draht. Das ist viel Kumpadraht. Okay. Was haben wir hier drin? Da ist das Wasser. Es ist nur heißes Wasser. Schade, dass es kein Tee ist. Okay. Ich weiß nicht, wiefern Tee jetzt helfen würde, aber es wäre zumindest was zu trinken. Hackel. Genau, für Flamme ist immer nützlich. Was ist das? Räuchergefäß. Urne. Bleib älter. Es ist das alte, östliche Alphabet. Einige Buchstaben fehlen. Ja. Das sieht so aus, als würde einige Buchstaben fehlen. Und... Irgendwo ist hier noch ein Atomzeichen. Und da ist ein Kloster. Ich muss die Kette reparieren, wenn ich die Fähre benutzen möchte. Ich muss die Kette reparieren, wenn ich die Fähre benutzen möchte. Ich muss die Kette reparieren. Ich muss die Kette reparieren. Ich muss die Kette reparieren. Ich muss die Kette reparieren, die für meinen Vater arbeiten. Ich muss die Kette reparieren. Ich muss die Kette reparieren. Hier ist eine Sonne, die fehlt. Sonnenverzierung fehlt. Dann haben wir hier Räuchergefäß und da noch einen Haken. Da fehlt aber noch ein Stück von den Links. Kette verliebt das Tor von innen. Ich muss sie irgendwie erreichen. Somit wäre das Tor auch schlaupt. Oh, es ist blockiert. Ein Harthalter für irgendwas. Ich kann es drehen, aber es passiert nichts. Ich sollte diesen Bähäler öffnen. Ja, später. Und das war das Räuchergefäß. Das ist das von innen. Die Antenne ist mit einer verschweißten Abdeckung befestigt. Dann muss ich wohl hier erstmal rein. Komm weg. Das ist mein Vater. Der vergaselt. Paps, ich da bin nicht. Kannst du mich hören? Mein Vater ist dort eingeschlossen. Ich muss es öffnen. Ja, musst du. Und die Energiezelle austauschen. Was haben wir hier? Da ist nur ein Stück eines kaputten Symbols auf dem Tisch. Jemand hat versucht, sie neu zusammenzusetzen. Dieses Medallion hat ein nächstes Schloss. Du brauchst einen Chip, um es zu öffnen. Zack. Das ist alles kaputt. Das ist alles kaputt. Wie kann man denn so arbeiten? Was macht so ein paar des... Dings... Du bist das mitzahein. Werde auch nicht wirklich hilfreich. Ich mach einen Fehler. Nein, okay. Da geht's nach oben. Da leg ich noch nicht hin. Nein. Drei von vier. Brutschloss. Ich brauch einen Code, um die zu öffnen. Ja, hab ich das Atom-Symbol schon gefunden? Hier noch nicht. Ja. 27 von 30. Gut, dann hole ich erstmal den raus. Die Symbole sind mit Tasten verbunden. Das ist eine Art Schloss. Ja. Hier ist auch alles irgendwie ein Schloss, oder? Eine Art Funkgerät, das nicht fertig gebaut ist. Darum brauch ich auch das Werkzeug. Hier komm ich noch nirgends weiter. Ich komm dort nicht hinauf, weil mir der Leiter seine Luke tief zum zweiten Stock des Turms führt. Steinschale. Ausgang. Klockende Zeile. Große Kugel. Nichts dahinter. Ähm. Was ist das Ding? Da fehlt nur noch ein Teil. Hat der das Atom-Ding hier noch nicht, oder? Ach, hier hinter was. Ich noch nicht. Da fehlt auch mal eine Kette. Dann Verzierung fehlt, aber da muss ich sie zusammenkleben. Geh nochmal nach hier runter. Kann ich noch nichts machen. Hab hier auch nichts übersehen. Viel Kupferdraht. Was sagt mir die Karte, ob ich hinzugehen kann? Hier habe ich noch nichts zu tun. Das war klar. Okay, hab ich vielleicht auch noch was übersehen. Ach. Ich muss hier das... Ich muss die beiden kombinieren, damit sie das da geben lassen. Das muss man mir auch sagen. Das ist doch... Die Glaskammer bleibt verriegelt, solange sich das Gasgemisch in ihrer Luft hängt ihr von Luft unterscheidet. Datenbarer Luft ist eine Mischung aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% anderen Gas. Und meistens Haken. Flaschen mit Druckgasen. Eine fehlt. Dafür habe ich jetzt die Feder. Die Feder brauche ich... Hier. Die Flasche Sauerstoff wurde mit einer Sechskantschraube gesichert und die Tintenabdeckung wurde verschweißt, wie Sie bestellt haben. Hängen Sie daran, dass der Sturmbringerhandbuch in unsichtbarer Tinte geschrieben ist. Die Grüße Ferdinand. Das waren zwei Briefe. Die Flasche Sauerstoff lassen sich meine Sechskantschrauben und Sechskantschrauben. Siehe. Den Karabiner nicht klappt. Und dann... Nein. Jetzt könnte ich wieder zurück. Oh mein Gott, was ist passiert? Wo sind Coco und Albert? Ja. Emily, wir sind alive. Wir haben es geschafft, zu schützen. Albert war ein bisschen bezüglich mit den Explosiven. Aber was ist mit deinem Vater? Er ist in einer Kapsule gefüllt mit etwas Gas. Gas? Du brauchst ein bisschen schrörendes Salz, um ihn zu reparieren. Ich hatte eine Kapsule, aber ich habe meinen Trunk in der Hütte verlassen. Und ein Füllhorn. Da ist die Feder. Da ist das Füllhorn. Ein Tennis-Schläger. Die Füße. Ein Regenschirm. Ein Korb. Also den richtigen Korb. Und da ist der Korb. Eine Laterne. Der da. Was ist das? Hosenträger. Ein Teekesselchen. Wo ist er? Okay, die Reisefasche habe ich schon mal geschnappt von den Satteln. Jetzt fehlt mir Lust auf die Teekenne. Da. Da habe ich was gefunden. Und zwar ein... Hier ist... Ich komme davon. Hier. You found it! Alright, the smelling salts. Here you are! The smelling salts? Hatte ich hier noch was übersehen? Nee? Und hier glaube ich auch, nee. Ach so, das war der Brief da. Nee, ich glaube das, was ich jetzt machen wollte, war hier im Ziel. If you need any help, just tell us. Ihr könnt die ganze Reise für mich lösen, wenn ihr Bock habt. Ein Inbus. Und ein Wagenheber. Ja. 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 Ja.